Oh, warte, warte, warte. Ich trink mal fix hier vom Heiron. Wie schnell ist denn der bitte tot? Krass, ne? Mann, ey. Schau, Wahnsinn. Ah, der Ding kommt auch hinten drin, okay. Ja, ja, cool. Ach, hier ist hier oben drin. Gefühlt bin ich jetzt schon, also nicht, 15 Mal gestorben. Okay. Und sind zwei Level vorne. Ja, schön, dass ich das... Diesen Golem musst du angreifen, oder was, ja? Dass du ihn quasi dann... Oh, dieser Wichser. Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Nein, 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 nein. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, da geht's ab, da drin. Oh, ich weiß nicht, wie ich so einen Bombenantriff jetzt, ey. Oh, oh, oh. Ach so, ich komm auch mit runter. Ja, ich bin grad mal... Pause machen. Gibt's hier unten überhaupt nur was? Ja, ja, ja. Jetzt Party. Oh, kacke, hier sind wir natürlich für die Freihelden. Das sind den, ey, Mann. Ich spreche nochmal nach, hier. Ey, wie geht denn der ab? Das gibt's doch gar nicht. Ja, seid ihr durch jetzt unten drin, oder nicht? Ja, ich war unten drin. Also, wir laden grad auf, wie wir das funktioniert haben, okay. Ey, krass, ey, wie... Der Diabolo, der geht ja ab wie Harry. Wählt ein Talent. Wahnsinn. Oh, konntest du mir noch ein Talent wählen? Oh, ich bin schwer. Ähm... Ach, scheiße. Hat das ja... Oh, no. Ach, du scheiße. Golem unserer Basis drin, Leute. Komm. Komm gleich nach, ich muss mal schnell... Ich hab noch ein bisschen anzumachen. Ich hab noch ein Bübel rein, ey. Wir haben... Wir haben einfach noch so ganze... ...ververblaschen zu gehen. Nein. Scheiße, ich ging fest. Greifst du den denn nicht an oder da jetzt? Alter, der Golem, ey, der haut übel rein. Ja. Vor allem die Gebäude... Oh, ich muss ja ewig warten, ey. Ähm, die Gebäude gehen rucki zucki kaputt. Ja. Erst gleich Geschichte, aber der hat sich richtig böse vorgekämpft hier. Oh mein Gott. Jetzt haben wir ihn down gemacht. Ja. Wir haben alles down, aber der kriegt ja nichts. Aber die Helden sind noch da, oder? Ja. Oh, ey. Das ist grad wieder gekommen. Hört sich gut an. Nein, ich würde eigentlich... Schießt du auf mich, ja? Nee, das nicht, ey. Wurde eigentlich hier mit diesen... ...nach wie gesagt, diesen Wegpunkter markieren, das automatisch Ball hat dann. So, jetzt hier aber, wo man irgendwann den Gegner wissen zeigen, wo die Hammer hier hinkt, ja. So, jetzt haben wir so riesen Golems da, das ist gut. Ja. Ja. Oh, jetzt haben wir so riesen Golems da, das ist gut. Ja. Ja. Schönen Rücken geschossen, komm mal rein, ja. Ja. Geh weg. Ich muss aber immer ein vorderster Front stehen hier, ey. Ja? Ich. Ja, ist ja richtig. Ähm, ihr seht aber auch, dass es unten die Z4 drum rennen. Oh, ja. Ich sehe es gerade. Ne? Ihr dürft nicht nur immer auf einer Seite pushen, ihr müsst bei dem Spiel sehr viel auf Teamplay gehen. So, ey. Komm. Okay. Gehst du runter, an der BQ? Ja. Ja, wir müssen auch mal ein bisschen lernen, ne. So ist das hier. Hört ihr dieses Klappern? Ach, nein. Oh nein. Ich bin doch gemacht. Sie wurde getätet. Von den Getätes. Fästung, zerstör. Habt ihr? ich bin tot unser damage ist zu low habt ihr das gelesen ja man soll mehr auf die gegner rechts klicken gegen rechts klicken ja dann greift man automatisch ist ja die erste runde 18 18 steht es wird knapp die komische toten kippe hat jemand entsammelt hat wir behaupten dass in unserer basis gleich so ein golem wieder sein unwesen treibt kann man doch runter gehen kein da kommt einer wo heller Seid ihr drinnen in diesen kleinen Dinger? Ja, ich bin schon wieder raus. Gut, wir kommen da drinnen. Selin, bist du noch drinnen? Ja. Ok, wo du bist hier? Ich bin nämlich noch mal in Superschlag mit dabei. Ich komme hinter dir. Was ist denn mit der nicht? Oh. Trifte. 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 Hammer. Ok, wir haben ihn. Verhebt euch und lasst eure Wut freien Lauten. Raus. Raus? Ja, die Kohlen sind wieder da, die Großen. Ah, scheiße. Aber unsere Stärke. Deutlich. Ähm. Ach, der kommt jetzt, ne? Mösen hoch. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind nur nicht raus hier, mein Freund. Geh mal raus. So. Jetzt erstmal zurückziehen hier. Die Beschwörung ist vollendet. Und euer Golem ist stärker als der des Gegens. Wo ist denn eigentlich unser Golem? Ich traue einen Gruß. Keine. Hier seid der Bass. Für einen Heilbrunnen. So, der Golem war relativ zu viel Geschichte hier. Oh nein, 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 oh nein. Nein. Doch, jetzt bin ich da. Wählt ein Talent. Diablo jetzt hier. Ah, der Diablo, der haut ganz schön rein, eh, der ist übel. Guck mal schon, ne? Ja, ja. Der Blow is down. Boah, ich muss ja ewig warten hier, ey. Wie schießt die auf Entfernung eigentlich? Komisch, ne? Jetzt macht er was. Ich bin noch 30 Sekunden weg. Na, Alter. Die neue Fanta Classic. Neue Sorte. Neuer Geschmack. Weniger süß. So. Wo bin ich denn überhaupt? Bin ich denn mit einer? Ein Held ist in den Kampf zurückgekehrt. Oh, scheiße, was bitte? Da kommt so mal raus, Alter. Das ist ja krass. Oh, ich komm nicht mehr. Ich sterbe, Leute. Ihr habt euren Gegner in die Knie gezwungen. Oh, gewinnen wir echt noch? Krass. 21, 20 ist knapp. Ne, du musst oben bei dem Prozent gucken. Wir haben noch 100 Prozent. Der hat jetzt noch 50. Hier ist ein Dapper. Jetzt verstehe. Okay. Das sind nur die Level oben, glaube ich. Jetzt bist du in der Autor springen. Ich muss irgendwie okay mal alles in der Autor machen. Jo, das war's, Herms. Ja, aber ich glaube, dank den anderen zwei. Ihr habt euch bewiesen. Ja, der eine hat geschrieben, dass man wohl mehr rechtsklicken soll auf die Gegner. Dann schießt man wohl öfters irgendwie. Kann ich jetzt mal ausprobieren. Wie lange hat recht? Ja, und dadurch machst du wohl mehr Schaden. Okay. Fortgeschrittene Talente. Ah ja, okay. Na cool, ich hab 1000 Gold gewonnen. Und nochmal 1000, oder wie? Aha. So, Experten-Talente. Aha. Sechs. Sechs. Sechs Kills. Hm. Hm, 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 hm. Ich glaube, ich hab null. Puff. Selin, sieben. Hm, hm. Warte nochmal, warte, warte. Selin ist elfmal gestorben. Warte nochmal, warte, warte. Wo siehst du das denn? Oben, Statistik. Guck mal, was hab ich hier? So. Ich glaube, sechs Kills. Der andere hat zwölf. Selin hat zwölf. Selin hat sieben. Du hast 15. Guck mal, die anderen zwei haben 86 Kartenmechaniken und der andere 29. Wir haben gerade mal neun, wir haben zusammen fast weniger wie der eine mit 29. Ja, das heißt mehr in den Keller gehen, mehr die Dinger sammeln, weißt du? Ja. Nicht nur auf einer Linie rumhängen. Ja. Immer hin und her. Ihr müsst euch auf jeden Fall Tutorials bei YouTube angucken, dass ihr wisst, wie die Karten funktionieren. Offenbar habt ihr etwas Gold erworben. Warum begebt ihr euch nicht zum Shop und seht euch ein wenig um? Ich soll mich zum Shop begeben? Aha. Ah, da kann man die Typen kaufen, da. Ja, ne, das ist richtig. Oh, ne, ist eigentlich okay. Ich nehme erstmal lieber keinen anderen hier. Das ist... Okay, ja. Können die was besseres hier, wenn man die kauft? Man weiß es nicht, klar? Die Haltigkeiten kannst du, kannst du die auch kaufen für... Der Panzer ist ja geil. Surge and Hammer. Ha! Geil. Ähm... Spielen? Machen wir nochmal Co-op, oder? Eine Runde kann man gerne noch machen. Lasst uns eine Runde fliegen! Erreiche Stufe, Erreiche Stufe... Ich bin mal fix für kleine Mädchen. Ja, gut. Passt ja vom Namen hier auch, ne? Rein, Tier. Also, was ist das hier? Mal hier, oder? Aha. Schwein. Haha, ein Sparschwein. Ohne schlecht. Und ein Einhorn. Einen Regenbogen Einhorn kannst du hier auch noch nutzen. Zumal es Reitieren ist ja schön. Ginzi. Okay. Ja. 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 Okay, ich klicke, okay, no replace special.